Romatra bekommt jetzt seine Pizza. Ey, der ganze steht jetzt noch voll. Haben die wirklich Pizza bestellt? Ja. Ich werde 60 Stunden nichts essen. Romatra muss bis 7 vs. 2 noch 5 Kilo zunehmen. Die haben nur noch wenige Wochen. Und er darf auf gar keinen Fall abnehmen und muss zunehmen. Ich habe den Typen Kinderbuenos, M&Ms, saure Lachbummis, Erdnussflips, Schokobombs, alles gekauft, zuckerhaltige Getränke, weil er reserve mal auf Pomus.